So ein bisschen China und Kontrolle steckt auch in uns allen, oder? Und gerade in der Zeit, wo jeder von uns ein Smartphone bei sich trägt, ist das Tracking einfacher denn je. Auch wenn man es legal machen möchte und nur für sich selbst und seine Familie. Egal ob ihr nur wissen wollt, ob eure Kinder rechtzeitig nach Hause kommen, oder ob ihr wissen wollt, ob ihr heute wirklich lang genug im Fitnessstudio wart. All das könnt ihr mit der Kombination Smartphone und Home Assistant machen. Ihr könnt natürlich auch andere Sensoren nutzen, die ihr beispielsweise an der Tür befestigt habt, um zu wissen, die Wohnungstür ging auf, aber das Smartphone ist da definitiv die beste Variante. Und wie ihr euren totalen Überwachungsstart bauen könnt, das zeige ich euch. Schauen wir uns erst einmal das Endprodukt an. So habe ich jetzt hier zum Beispiel eine Karte für mein Smartphone erstellt. Was sehe ich darauf? Ich sehe zum Beispiel die Anwesenheit der letzten 24 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt gerade kurz vor 0 Uhr, ich war heute den ganzen Tag nur zu Hause, 0 Stunden abwesend. So, ihr könnt natürlich auch noch andere Kennzahlen mit anderen Werten. Zum Beispiel, wie viele Stunden war ihr genau, wenn ihr es direkt sehen wollt im Fitnessstudio oder so, oder in irgendeiner Zone. Also ihr könnt das easy auf Zonen beschränken. Jetzt gibt es ja diese Zone in Home Assistant, die kennt ihr mit Sicherheit. Es gibt ja zu Hause, dann könntet ihr sagen, auf der Arbeit, im Fitnessstudio, bei der Großmutter, ich weiß es nicht. Ihr könnt euch ja ausdenken, was ihr wollt. Ihr könnt jeden einzelnen Ort, der euch nur gefällt, könnt ihr eben in eine Zone unterteilen. Dann wisst ihr immer genau, wann ihr wie und wo lange da wart. Und jetzt eben die Sache daran, wenn ihr zum Beispiel sowas wie so eine InfluxDB daran anschließt, könnt ihr historisch eure Daten immer weiter aufzeichnen und später dann durch so eine Grafana-Instanz oder so auslesen lassen. Habt ihr lange historische Daten über euch, eure Familie und euer Smart Home. So, dann haben wir natürlich hier auch diesen Balken, dass wir zum Beispiel sehen, okay, über die Zeit war es dann so. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel in der Zeit im Fitnessstudio gewesen wäre, dann würde jetzt hier so ein Abschnitt, zum Beispiel bei mir irgendwie so 20 Uhr bis 21 Uhr, steht dann da Fitnessstudio. Und wenn ich darüber hovern würde, könnte man das auch sehen. Dann könnt ihr natürlich noch euren Standort hier über die Map quasi einbinden. Und ihr könnt natürlich noch tausende andere Sachen machen, gerade mit den Smartphones, mit den Sensoren. Ihr seht schon, das ist jetzt gerade mein altes Handy, weil ich habe gerade gewechselt, deshalb auch der 1% Akku, der keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, deshalb würde er auch immer hier zu Hause stehen aktuell. Ich muss das mal ändern. Ihr könnt auch andere Werte nehmen, zum Beispiel wann euer nächster Alarm ist, wann euer nächster Reboot ist, wie geht es zu eurer Batterie, wie warm ist die. Also ihr könnt alles Mögliche da einbinden. Das könnt ihr easy, easy im Smartphone machen. Eine Sache hatte ich natürlich jetzt auch noch, ihr könnt direkt euch den Standort, den aktuellen, wirklich die Adresse anzeigen lassen, wo ihr gerade seid oder wo die Person gerade ist, wen auch immer ihr da gerade anzeigen lasst. Das habe ich jetzt gerade nur aus eigenem Datenschutz herausgenommen. Das wäre dann nichts anderes, als wirklich diesen Code hinzuzufügen, also von eurem Handy, geocoded location und dann habt ihr es auch schon. Was ihr also auf jeden Fall braucht, ist die Home Assistant App auf eurem Handy. Dann könnt ihr erstmal bei euch das öffnen. Hoppala, alles spiegelt sich, das liegt an der Folie. Und wir haben da unten diesen Punkt Companion App. Mein Gott, die Qualität ist aber auch gerade wirklich dürftig. Vielleicht so ist es besser, auch nicht besser, aber ihr habt es gesehen. Das lila Zeichen und schon sehen wir, hoppala, schon sehen wir bei mir Home of Freaks, so wie ich das hier halt genannt habe. Oben das Smartphone. Genau, perfekt, dass wir alles jetzt hier doppelt und dreifach sehen. Welche Sensoren, Feuerbild und das ist zum Beispiel der Punkt. Und wenn ihr da auf Sensoren verwalten klickt, könnt ihr alles mögliche auswählen, was ihr da drin haben wollt. Eben genau nächster Wecker und was nicht alles. Der andere wichtige Punkt ist darüber, nämlich der Personenpunkt. Und wenn wir nämlich jetzt hier auf Personen klicken, dann haben wir nun mich hier als Person. Und wir sehen schon meine verfolgten Geräte und da müsst ihr unbedingt halt als Device Tracker euer Smartphone hinterlegen. Und schon wird das Ganze auch funktionieren. Ich weiß, es spiegelt, es sieht nicht super aus gerade, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Also genau da über die Personen könnt ihr das erledigen. Je mehr Personen ihr habt, einfach deren Gerät hinzufügen. Dadurch, dass ihr die App ja quasi drin habt, wird es euch eh schon vorgeschlagen. Und dann habt ihr die ganzen Daten und könnt dann mit den Sensoren noch herumspielen. Genau für dieses Handy. Kehren wir nun in Home Assistant zurück, dann gehen wir über die Einstellungen in die Helfer. Weil wir brauchen auf jeden Fall einen Helfer. Und so einen Helfer brauchen wir immer pro Person. Das heißt, ich habe einen Helfer erstellt, der ist ein Input-Boolean und nennt sich Sascha ist zu Hause. So, der ist gerade an, weil ich bin zu Hause. So haben wir das auch beispielsweise für meinen Vater. Er ist auch von mir aus zu Hause jetzt gerade. Und so müsst ihr das auch für jede weitere Person machen. Das Ganze reicht natürlich nicht aus. Wir brauchen noch mehr Sensoren. Und auch die sind wieder personenspezifisch. Das heißt, wir müssen immer mehrere haben. Also weil es sind ja einfach nur Entitäten. Und diese brauchen wir dann immer eben pro Entität. Quasi eine Entität ist ja, so wie in der normalen Welt ein Atom das geringfügigste Element oder wie man es auch nennen möchte, ist, ist es bei Home Assistant oder Smart Home eben eine Entität. Und so können wir jetzt hier sehen, wir haben einmal die Plattform History Stats, dass wir eben historisch das Ganze aufzeichnen über eben meine Person oder halt die Person, die in Home Assistant steht. Genauso wie hier mein Vater. Haben wir halt die Person mit dem Status Home. Der Typ ist einfach Type. Und es wird gemessen von jetzt bis Ende quasi nächsten Tages. Also es wird genau geschaut, okay, von 0 Uhr fängt das Ganze an bis, es geht immer einen Tag. Es wird immer genau einen Tag gemessen. Und das Zweite, was aber noch ganz wichtig ist, ist nämlich das hier. Wir wollen ja nicht nur wissen, wie viel Zeit wir wie hier oben eben zu Hause verbracht haben, sondern vielleicht auch in Abwesenheit. Also das wollen wir wirklich historisch tracken, wie viel wir weg waren. Ihr könntet jetzt auch irgendwie noch sowas machen in Portbulien, ist im Fitnessstudio oder keine Ahnung wo. Wenn ihr das historisch irgendwie tracken wollt, könnt ihr das machen. Dann bräuchtet ihr hier halt noch einen History Stats dafür. Zeit im Fitnessstudio, würdet den Inputbulien auf den verweisen, ist im Fitnessstudio. Mit dem Status jetzt bei mir ist es halt einfach. Ich konnte so halt sagen, Inputbulien, Sascha ist zu Hause. Off, weil der ist ja dann aus, wenn ich nicht zu Hause bin. Und dementsprechend Wiederwahl wird gemessen für einen Tag von 0 Uhr bis 23.59 und 59 Sekunden. Das sind die wichtigen Sachen. Die einzige Frage, die natürlich jetzt noch bleibt, wer oder was sorgt denn dafür, dass dieser Inputbulien umgeswitcht wird? Das tut diese Automatisierung hier. Und zwar schauen wir, wenn sich eine Person, also jetzt gerade die Person, die ich hier aufgelistet habe, in irgendeiner Weise vom Status her ändern zu irgendetwas. Weil eine Person hat ja eigentlich immer nur den Status, ja, ich bin zu Hause, bin nicht zu Hause oder wenn man noch andere Zonen hat, ich bin jetzt da und da. Dann kann ich nämlich sagen, ich habe hier noch natürlich unterteilt zwischen den Personen. Ich will wirklich gucken, ob das passt. Bin ich der Trigger in dem Moment? Ja, es ist auf jeden Fall der Trigger mein Name oder beziehungsweise meine Person ist der Trigger. Und dann habe ich zwei Aktionen, zwischen denen ich wählen kann. Wenn ich denn wirklich zu Hause bin, dann möchte ich, dass eben dieser Wert eingeschaltet wird. Also dieser Boolean-Wert, dieser Input-Boolean, ich bin zu Hause, was ja dann der Fall ist. Oder eben, genau andersherum, ich bestätige, ich gucke wirklich nochmal nach, bin ich abwesend? Ja, alles klar, also schalten wir das Ganze aus. Kinder einfach. Das gleiche könnt ihr dann nochmal Copy-Pasten für alle anderen Personen. Es ist immer das gleiche, nur dass die Person anders ist. Man könnte es vielleicht auch noch generalisieren, aber bei drei Personen habe ich gedacht, dann kann man auch Copy-Pasten, nur mal kurzen Namen ändern. Das interessiert ja keinen. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch, wie ihr das Ganze in euer Dashboard einbauen könnt. Wie gesagt, das ist ein Smartphone-Layout gerade, aber ihr könnt das ja anpassen, wie ihr wollt. Nur, dass ihr das mal einfach gesehen habt, woraus das dann so besteht. Hier, das ist natürlich jetzt nicht wichtig, dass wir hier die Entities haben. Diese Paper-Buttons-Row ist einfach nur, dass wir hier dieses Kreuz haben und meinen Namen etc. pro Person. Der interessante Teil fängt dann wahrscheinlich eher für euch ab der Section an. Also wir sind Type-Entities auf jeden Fall. Und dann haben wir eben hier den Sensor Zeit in Abwesenheit, den wir ja in unserer Configuration-YAML erstellt haben. Also das hätte ich vielleicht noch vorhin erwähnen können. Das war die ausgelagerte Configuration-YAML, die Sensor-YAML, die hier unten noch offen ist. Dann haben wir die Möglichkeit, wie hier eine Multiple-Entity-Row zu machen, die ich dann mit Anwesenheit gekennzeichnet habe. Wo ich dann zum Beispiel sage, abwesend. So, und dann haben wir hier noch letzte 24 Stunden. Und ich sage, Zeit zu Hause. So, und dann sehen wir nämlich hier, Zeit zu Hause. Seitdem vorhin haben wir jetzt gerade mal so ungefähr eine viertel Stunde oder so. Und abwesend war ich bis jetzt gar nicht. So, und das können wir alles so unterlegen. Und ihr könnt dann halt noch eine machen, wenn ihr wollt, wie hier. Und da, wo wieder gesagt würde, Type-Section. Wir können das dann mit Battery-Level machen, als Beispiel. Und dann haben wir wieder so eine Row. Und können sagen, Detected-Activity, Step-Sensor und so weiter und so fort. Oder es geht dann halt auch noch sowas wie, also Vertical-Stack-In-Graph, dass die alle schön untereinander laufen. Das wollte ich nämlich unbedingt, dass man nämlich diesen Graphen hier hat. Auch wenn das gerade mal nicht so gut zu lesen ist. Aber am Smartphone ist das dann immer noch ganz anders. Ihr kennt das wegen der Skalierung. Wie viele Stunden soll er anzeigen? 24 Stück, äh, 24 Stunden. Refresh-Intervall, etc. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwas passieren würde, wenn ich... Ich kann es mal probieren, obwohl... Lassen wir es. Es kann eh nur verpackt sein. Dann können wir halt auf jeden Fall auch noch die Map angeben. Dass wir eben hier meine Person anzeigen. Wo befinde ich mich gerade exakt? Ja, irgendwo in Deutschland natürlich. Ihr seid normal ganz nah ran gesoomt, bis auf den Fleck. Datenschutz, ihr wisst. Und dementsprechend, ja, könnt ihr da eigentlich so alles machen. Und das anzeigen lassen. Und halt auch weitere Sensoren. Alles, was ihr wollt. Und so könnt ihr halt schon tracken, wie es aussieht. Und natürlich könnt ihr euch noch irgendwie benachrichtigen lassen. Zum Beispiel, natürlich könnt ihr auch eine Benachrichtigung schicken, wenn ihr sagen wollt, ey, ich möchte wissen, dass mein Kind wohl auf ist und jetzt zu Hause ist. Natürlich könnt ihr das dann machen. Es gibt da noch tausend Varianten. Der Sensor hat sich berührt. Okay, das Smartphone hat auch reagiert. Dann sende bitte von der Eingangskamera auch ein Foto von meinem Kind, damit ihr sehen könnt, okay, es kam nur alleine nach Hause und nicht mit irgendeinem, keine Ahnung, mit irgendeinem Fremden, der hinterrücks noch ein Messer in die Kehle hält. Okay, ich bin jetzt gerade in meinem Action-Thriller. Bestimmt sehr werbefreundlich auf jeden Fall dieses Video. Vergesst es einfach. Ihr wisst aber, was ich meine. Es gibt auf jeden Fall genug Varianten und Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Und natürlich gibt es wieder immer, das sollte man natürlich nicht vergessen, den ganzen Code, braucht ihr nicht selber schreiben. Den gibt es auf meiner Webseite. Copy, paste. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao.